Achso! Machen wir es halt so. Sind doch auch kühle Elcht, Dude. Ähm, haben wir denn noch, jetzt haben wir noch das denn. Hier sind wir jetzt auf der Garage drauf, gell? Genau. So, dann geh ich mal nach oben. Und dann haben wir hier. Ich rühre das grad mal aus. Hm, okay. Oh, hier war es mal nochmal neues Holz. Dann puten wir es einfach mal nach unten, durch den Baum durch. Warum denn nicht? Und besorgen uns schon mal mehr neues Holz. Wir bauen jetzt eh beides. Von daher hole ich mir einfach ab. So! Könnten wir einen super Nadel, äh, äh, Nadel, wir könnten einen super Wald hinbasteln. Ich glaube, ich werde hier dann, äh, die, ähm, Tropenbäume werde ich hier drauf packen. Sieht nämlich, glaube ich, so richtig edel aus dann hier oben. So. Dann habe ich, glaube ich, gerade noch eine Idee, die ja auch ziemlich geil aussehen könnte, müsste, sollte. Die sollte, müsste ich aber erstmal ausprobieren. So. Hohohohoho. Da haben wir das da. Und dann geht es jetzt nach oben wieder. Brains. Alle sagen nur, ich bin ein Brain. Okay, hier war nichts. Huch. Hier oben fehlen dann noch die Glasdinger. Und jetzt mal hier. Okay, wir müssen erstmal nach ganz oben. Kurz. Ich glaube, jeder sollte wissen, was ich vorhabe. Ich will hier eine Schlittschuhbahn errichten. Einfach mal so. Aber es ist Spaß. Warum denn nicht? Auf einem teuren Haus gibt es halt auch mal eine Schlittschuhbahn. Und da machen wir uns noch ein paar Zäune. Und dann haben wir auch da was. Genau. Dann geht es jetzt nämlich hier runter. Dazu brauchen wir natürlich erstmal ein wenig Getreppe wieder. Okay, und die kommen jetzt nämlich auch hierher. Dann fickt das alles weg hier. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber auch nicht schlecht. Doch, eigentlich schon schlecht. Aber ich wollte es trotzdem nicht. Also von daher ist es nicht schlecht. Weil... Ist halt so, ne? So. So. Wie dahin? Ähm. Könnten das eventuell... So machen. Kommt mal hier runter und geht dann halt hier lang. Könnt ihr mal machen. Ähm. Schau gerade, ob das mit der Zäune zu unten machen. Ja. Muss ich so machen. Und dann hole ich mir halt noch ein paar. Aufschleps. Aufschleps. Ich hau jetzt einfach hier den Boden doppelt zu. Das ist auch egal. Und eine Treppe. Und eine Treppe. Und eine Treppe. Und eine Treppe. Dann hauen wir... hier noch zwei halber rein. Und dann habe ich jetzt halt hier... meine Tür, die dann hier reinkommt. Die kann ich auch gleich mal basteln. Neue Updates sind verfügbar. Das sind aber gerade keine. Würdest du bitte aus meinem... Bildschirm verschwinden. Klar, ich habe drei gemacht. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir brauchen genug noch. So, erste. Zweite. So. Ja, du kommst hier runter. Bist auf dem nächsten Balkon. Du kommst hier hier runter. Bist auf dem nächsten Balkon. Hier ist es dann natürlich falsch. Weil hier müsste dann noch eine Riege hin. Die wir jetzt ja auch haben. Oh. Die wir jetzt auch haben. Kommt das jetzt hier hinten weg. Und dann machen wir... Hier den. Hier den. Tadaa. Und dann können wir nämlich hier an die Wand... wo wir eine Fackel dranhängen. Obwohl die würde ich so kommen. Ja, komm mal hier an die Wand muss man eine Fackel dranhängen. So nice. Warum nicht? Oh, den letzten kann ich... Keine Ahnung. Wohin hängen. Sieht an sich aber alles erst mal sehr schön aus. Ja. Nö. Kann ich auch da hinhängen. Auf allen Dingen müsste es wohl jetzt auch abwechslungsreicher aussehen. Mit den ganzen Balkons. Bei der Seite zumindest. Gut, okay. Dann holen wir uns jetzt mal um die Fenster hier, die überall reinkommen sollen. Hier nehme ich gerne zwei, dreier Fenster noch rein. Und das war auch noch. Genau. Dann hätte ich mich... Ich hätte gerne allgemein längliche Fenster. Das zeugt immer so ein bisschen von Wohlstand. Meiner Meinung nach. Warte, einer Meinung hat keiner gefragt. Huuuuh. Dann könnte ich wieder das da machen. Ich bekomme gerade einen Anruf. Bis gleich. Mittlerweile war es Abend geworden. Und äh. Die Musik hat sich auch geändert. Ja ich habe gerade einen Anruf bekommen. War wichtig. Ähm. Welche Anrufe, die ich bekomme, sind ja bitte nicht wichtig. Hohoho So Dann gehts mal weiter. Hier jetzt habe ich nämlich depends hier so seltsam aussehen. Habe ich überlegt, ob ich hier vielleicht so eine vierer Scheiße rein haue Das könnt ihr natürlich komplett anders machen Aber ich glaube ich lasse es so sieb abstrakt aus. Ich glaube ich baue hier noch ein paar äh andere abstrakte Muster rein, in das Fenster angeht denn wir werden ja auch mit bunten glas arbeiten das habe ich ist mir gerade so als ich telefon sagte mir das bild angeschaut hat so klar geworden wir werden hier auf jeden fall mit bunten glas arbeiten weil das richtig geil aussehen wird warum mach ich nicht warum eigentlich nicht wir lassen halt natürlich die anderen das ist sinnlos aber die anderen kommen das können wir zum beispiel zu regalen so machen dann ist da immer so glas davor sieht auch mega geil aus ob ich angefangen genau da runter das darüber muss ja natürlich auch frei sein das 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 ne das ist jetzt die glasreihe oder genau das ist falsch gemacht worden genau so muss es sein genau hier eins zwei drei hin und hier kommen natürlich wieder normale rein äh nicht ja normale genau die normale erde kommt da rein und hier kommt wieder glas rein und hier hat man ja schon geklärt was hier reinkommt so dann gehen wir auf die nächste etage und hier könnten wir ja 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 erst bei der Tür rein sind wir merke ich gerade ja das sieht auch nicht schlecht aus also das sieht echt nicht schlecht aus lass ich so schön gefällt mir ähm hier könnten wir jetzt äh wieder normale fenster rein machen und dann és Das muss ja nicht überall abstrakt aussehen. So, machen wir drei normale rein. Hat sich das. Hier könnt ihr jetzt mal ein längliches rein, weil das ist ja hier so ein Aussichtsfenster dann. Muss ja hier so eine kleine Aussicht haben. Kommt hier so eins rein. Hier könnte man das jetzt wieder rumspielen. Machen wir das am besten mal schon. Machen wir das am besten mal schon. Moment. Ja, hier können wir das dann so machen. Und dann fliegt hier noch eins rein. Und hier auch noch was rein. Sieht auch nicht schlecht aus. Warum nicht? Und hier können wir jetzt mal größere längliche Fenster rein machen. Das kommt natürlich jetzt so hin. 2er frei und wieder eins hin. So, 2er frei und wieder eins hin. 2er frei und wieder eins hin. 2er frei und wieder eins hin. 2er frei. Jetzt habe ich alles gebaut, nur das nicht was ich treffen wollte. Ja, habe ich doch auch. So, fertig. Tada. Okay. Dann fehlen wir uns jetzt hier noch Fenster, hier könnte man eigentlich direkt schauen wie das aussieht im Moment. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch hier. Das sieht ganz okay aus. Jetzt sollte ich aber einfach eins weglassen. Ich mach das so hier. Ja, okay. Dann könnte man... Ja, das ist vielleicht so ein bisschen übertrieben hier. Dann hau ich jetzt doch mal so ein Ding rein. Wir haben jetzt hier solche Fenster. Genau, solche Fenster und hier mach ich dann... Wie kann ich denn zum Beispiel... Aber mehr, außer wenn es da reinkommt, passt schon. Ich geh mal noch jetzt das Holz wieder, was hier runter gefallen ist. Haben wir hier noch irgendwas, oder ist alles schon decayed? Da war noch was. Hier war nichts mehr. Okay, dann müssen wir noch mal schauen wie man Spaß macht. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. We cheated. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder.